Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 2 Moritz hat verkackt Ne wir haben gesagt wir machen das Also du machst alleine die Ansage Ja aber ich hab extra aufgehört damit du das sagen kannst Jonas was heißt Stille auf Englisch? Hm? Was heißt Stille auf Englisch? Interessiert mich nicht Schlecht Englisch ist kacke Wir leben hier in Deutschland deswegen sprechen wir Deutsch und nicht Englisch So einfach ist das Was heißt Green Run? Grün ist Laufen Ich bin rausgeflogen Oh du bist ein Bob Du bist der Bob Ich kann dir aber auch nicht beitreten Warte Lobby verlassen Zum Spiel beitreten Sitzungsbeitritt Laden, 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 Laden Spielst du schon? Nö Das ist weil du rausgeflogen bist dann dauert das extrem lang Und damit geht's dann Spielsitzung ist eventuell nicht mehr verfügbar Und das ist jetzt die erste Folge mit meinem Headset Also mit meinem Standmikrofon oder? Ist die erste Folge mit deinem neuen Mikrofon Ja Also falls ihr irgendwelche Veränderungen hört Ich lade Ja ich bin noch gerade drin Oder ich höre die Zombies schon Warte auf andere Spiele Außerdem ist Multiplayer auch Englisch Und Singleplayer Ja Das benutzt du auch Stimmt, stimmt Das aber Das ist genauso wie Instant Kill Ja das ist auch Englisch Double Points Ja Das geht schon So einige Sachen Ja aber die Sachen die du nicht kannst Die sind böse Wo die Sachen die man nicht braucht Die brauchst du Na Moritz hör mal auf jetzt Fressen oder so Verbindung unterbrochen Zum Host unterbrochen Wieder da Wieder unterbrochen Du bist drin Ja bei mir steht Verbindung unterbrochen Schwarzer Bildschirm Ah Moritz ist rausgeflogen Nö noch nicht Komplett außen geben glaube ich Nö nö Ich höre den Bus hupen Ich habe auch schwarzer Bildschirm Jetzt sehe ich was Aber bei mir ist in der Mitte Ich sehe wohl den Grauenstern Das hier ist ein Ist Oh Gott Es hakt voll Wenn wir über das Spiel Ja das geht gleich Jetzt weiß Moritz mal wie ich mich immer fühle So ist das bei mir jedes Mal Aber gleich geht's Ne es hakt weil er die ganze Zeit steht Ich kriege keine Verbindung zu dir Dann bleibe ich immer so lange stehen Und kann nichts machen Bis die Verbindung wieder da ist Das ist dieses Zeichen Dass das Lagenkabel rausgezogen ist Wie es auf der Playstation war Weißt du Das ist bei mir fett in der Mitte Was zum Teufel Die Leiter geil Oh das können wir zum ersten Mal jetzt ausprobieren Was ich weiß ja wie die Leiter ist Die braucht man hier dran Und dann kann man da einfach raufklettern Ja aber ich wusste es nur nicht Ganz normal wie man bei Call of Duty In der Leiterung klettern Oh ich hasse es Moritz zu passart No Kann man da rauf springen Was zum Wieso fährt er denn schon Weil wir beide auf dem Bus sind Wir können jetzt nicht mehr einsteigen Wenn wir hier oben erst mal drauf sind Und ich fällst du Fuck weißt du was scheiße ist Hier kommen öfters mal so Sachen Wo man hängen bleibt Erinnerst du dich noch? Ja aber noch nicht hier beim Erst wenn wir im Tunnel sind Sag mal Bescheid Wir sind im Tunnel Runter 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 Oh mein Gott Keiner von uns kann sich die Truhe kaufen Also ein Einer kann sich die Truhe kaufen Oh 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 Rechts rechts weg Vorsicht Du musst es außen rum laufen Hier muss ich springen Wow Lol Der Zombie hab ich hier fast runtergetrunken Versuch dir die Dinger vom Kopf zu schießen Sobald ich kann Ah geht Erste Runde Das geht locker klar Mal einfach so durchlatschen Wenn wir mal nach Erkauft die Truhe Er die Tür Ich hab gelesen Oh Gott Jetzt hab ich schon wieder dieses mit dem Internet Ja bei mir sind die Festschreiber immer runter Okay es funktioniert immer noch nicht über mich laufen zu lassen Ich kann mich die ganze Zeit nicht bewegen Jetzt geht's wieder Jetzt fährt er schon wieder Das ist ja mit dem Bus Was ist mit Truhe Ich bleib hier Das ist die erste Runde Schützt mich mal Lenk den Sonja Was machst du denn Jonas Die Grafik unterstehen Was ist die damit Darum sonst die Das spielt gleich viel beschissen aus Ja ich stell ihn nochmal kurz um Also wir können echt nicht über dich laufen lassen Ja ich sag dir Meine Grafikkarte kommt irgendwie nicht Mit der Einsache Du willst ihn töten Dann bist du auch die Tür kaufen Das ist meine größte Grafik Erstmal wieder umstellen Kauf sie schon mal Sonst kann ich uns nicht mehr schützen Jonas 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 Wir werden sterben Ja Moritz Willst du unbedingt Okay Erst schießen Ja Ich hab den Revolver auf den ersten Teil Das schlägt ihn Appetit an Das ist kack Immer Headshots geben Junge Kannst gar nicht damit umgehen Das ist richtig Hammer Erstmal eine Schotten Oh Instant Kill Meins Junge Wieso macht der ganz der Anspruch Oh Alter wo sind die Zombies Das ist in Runde 2 Was erwartest du da Oh scheiße Instant Kill Zoll verplant Oh noch ein Kill Ich hör ein Das hab ich mir verdient Hö Scheiße hier Spielt sich bloß hier wieder ab Ich beginne dieses fette geschützt Ding haben Ups Das braucht richtig hart Kann ich nur so sagen Ich hab die Tür schon gefunden Und auf der Farm Kann man sich ein Geschütz zusammenbauen Selbst schießt Ich weiß Ich würd sagen Irgendwann mal machen wir das hier Und hier ist nichts Also Der Bus ist gleich wieder da Ist doch gut Nicht mal ein paar Kill Wow Ja ich hab die Kohle erfasst wieder Deshalb Kehr ich grad schön Der Bus fährt hier sofort wieder los Wenn er hier ist Ah guck mal Perfekt Das ist genau richtig Nein Du bist so ein Bob Ich hab deine Lieblingssache Hier kannst du zumachen Ja ich will jetzt aber nicht zumachen Dann mach ich zu Zumachen bringt so wie ich eigentlich für die Kohle Und das ist eigentlich Jetzt kommt der Bus und jetzt kriege ich keine bessere Waffe aus Wo ist es denn noch nicht da Er ist gerade in der ersten Welt Ja es dauert ja noch ein bisschen Du hast doch jetzt gleich schon die Kohle Ich würd aber auch gerne noch mehr Zweiter zu kriegen Ja SMR Das ist auch ne Schutti das Ist ja so ungenau oder so Das ist keine Schutti glaub ich Ich geb den die ganze Zeit Mit Headshots aber passiert nichts Jetzt kriege ich aber Hunger Hier liegt ein Zombie-Fuß Der liegt ein alter Mann Wo? Oh mein Gott Wer bin ich? Ein alter Mann Bin ich der in dieser komischen Shorts Ja Er spüle Ja Die Schrote ist genauer als die andere Waffe Jetzt lass mich bitte noch mal packen Ich steh hier nur auf dem Fleck Geh weiter Okay Oho Das ist zum richtigen Zeitpunkt gesagt Der Bus ist da Du wolltest doch das fette MG haben oder? Ja Das was ich jetzt hab Ja Alter Jonas bitte Ich bin jetzt grad so ab Ja Ich kaufe mir schnell noch mal die Truhe Nicht wenn ich sie mir zuerst kaufe Nein Komm komm Bus bleib hier bleib hier Ja nimm nimm Hammerfett Komm bleib noch hier Bus bleib noch hier Ich muss beten Ja Das beten hat geholfen Ich warte lass mich noch mal töten Ich will mir noch einmal die Truhe kaufen können Fick dich Junge Jonas Ja jetzt lass es doch mal Der Bus fährt gleich ab und du hast Geile Stack Ich krieg dir hier keine Angst Ich mach mir jetzt erst mal ein paar Punkte Die hinter mir sind keine Meinung Voll Hinter dir hast du doch gesagt das jetzt hinter dir Läufe doch durch 2000 Die mir die ganzen Käse geklaut haben Die ich gerade richtig schön gesammelt hab Egal ich schütze ich schütze komm her Ja Du hast mir nur den Arsch gerettet weil du ohne mich tot bist Alter Alter ich komme dann vorbei Wir werden überrascht Bist du drin bist du drin Nein ich bin hoch Bist du auch oben bist du oben Nein ich kann nicht hoch ich kann nicht hoch Fuck Ich kann nicht hoch Doch 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 Oh Nein Was ist das Oh fuck Scheiß Dreck Das war's für dich Moritz Und zurück Du wichst in der Lava da kann ich nichts machen Ich bin nicht mehr in der Lava Ich überleb eine Runde bei Farben das geht Ich bin so froh Ich fuhr beim Tod Du hast gar nichts Du hast gar nichts Dann müssen wir Moritz erstmal auslachen Das ist einfach Ich kann überhaupt nicht sehen Ich seh dich jetzt Ist da ne Waffe irgendwo? drei Schuss die ist ziemlich geil eigentlich die kann man jetzt nochmal aufwerten, weißt du das jetzt sicher? aber geh nur eine Runde lang wie, nur ein einziges Mal? eine Runde so, und wie? im Bunker ist unten so ne Tür warte, zeig dir gleich da älte ich mal den tipp da, schieb lieber ich geh auf die Nummer sicher, was ich gerade sah so, ich geh oben hin warte, ich geh oben hin ich bleib hier unten, ich will nicht runterfallen oh, mal geile Runde ist schon wieder obwohl ich komm auch runterfallen sonst überlebe ich das nicht machen wir schnell die Tür auf so, weil du musst mich schützen ich guck an den Seiten, falls er noch kommt das ist unangenehm Jus, nächste Runde auf alle Mitfahrer aufsteigen jetzt Jus, nächste Runde auf befällt dir das Kanonfutter mit Korea machen wir nächste Runde auf nimm nen anderen Bus also nächste Busrunde Jonas jo, da müssten wir mich unten in den Bunker rein oh, jetzt hakt das Abfall kann mich schon wieder nicht bewegen soll ich mir die AK kaufen? ja ich mach das nicht so übergeil ich lass mich mal ein bisschen töten du lieber die Laser obwohl ja ich nehm rechts ja wir sehen uns Geld, 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 Geld Scheiße, ich hab jetzt nicht mehr dieses Teil Munition auch 600 da hat grad 6000 wo ist er denn? ach da komm, steig mal im Bus ein oh lass mich mal packeln weil ich will mir gleich nochmal Muni kaufen können das ist nämlich schon 6000 alter schnell schnell wenn er wegfährt dann sind wir sonst tot nein boah mach zu jetzt können wir aufwerten ne ähm Jugga Muni fuck da ist einer der Bus da ist einer der Bus losch meine Patronen schlaufer wo ist eigentlich die Truhe jetzt? in der Stadt welcher? welcher ey wir müssen kurz vorher aussteigen damit wir nichts zahlen müssen ne? ist egal ich zahle nein doch doch nein jedes Geld ist gut du bist kon hör auf zu lachen missi was ist denn das? alter ich pack aus dem Bus glaube ich schnell aussteigen schnell nein doch man ich bin ausgestiegen vogel jetzt hast du die Tür nicht extra schnell aber jetzt müssen wir nämlich die Tür noch kaufen und hier Jugga weiß ja was ich bin grade am trinken ich bin grade am trinken ich komm ich komm aber Jugga bringt der irgendwie nicht mehr so viel natürlich nein du hältst auch nur noch 3 Schläge oder sowas und du brauchst das Stromteil stimmt du hast ja keine Turbine mehr schnell ich kann's wegnehmen ich schütze lass mal hier oben unten machen ok? du schützt ihn raus die springt von hinten hoch ja du machst das da hinten das kann sogar ich nicht vermasseln ja alter ich muss hier echt mit der Muni aufpassen also mit dem Muni wird echt schwer ich hab nur noch wenige Schoß alter ich bin gleich down ich brenne was? ja ich glaub brennende Zombies machen richtig hard damage ganz normal noch ja wenn wir brennen oder so keine Ahnung egal Leute das war's bis zum nächsten Mal bis morgen eine gute 10 Torrunde muss ich sagen